Zielen los! Warum? Der Feind greift an! Bogenschützen, bereit machen! Wieso kommen die da nicht hin? Gut zielen, Männer! Ich muss das hier ernsthaft nicht verstehen mit diesem Spiel. Eure Befehle, Sir. Ihr seid bereit, ja, das glaube ich euch. So, neun Schleute. Warum denn? Ich hasse das, ich hasse das. Klasse, ich habe gerade sechs Bogenschützen sinnlos verloren. Die Männer sind guter Dinge. Fünf Bögen, aber wahrscheinlich nur noch. So, Moment. Bogenproduzenten, Bogenproduzenten, Bogen. Sechs Bögen. Und acht davon. Waffen werden benötigt, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. Die acht kommen mit hier hoch. Mein Lord. Neue Befehle. Die sechs kommen mit hier rüber. Landsknechte, auf die Welle. Wir sind eure Leute. Wie glaube ich nenne es hier? Rauf auf die Welle! Ganz kurz, Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Landsknechte bereit. Und wir sind hier immer noch voll im Kampf. Uh, das geht aber auch ganz schön langsam, ja. Ja, Sire. Na, los kommt schon. Ihr werdet da wohl mit acht Leuten fertig werden. Das gibt's ja gar nicht. Neue Befehle. Alter, das kann ja süß sein, oder? Das ist wirklich diese vier Leute da unten, die hier schon fast tot sind, meine Leute tot machen. Nein, warum geht ihr denn? Oh Mann, ey. Haltet eure Sperre gerade, Männer. Ja, Sir. Oh, ich hasse diese Steuerung. Also, nee, nee. Die Leute, die die Steuerung beim Stronghold 3 gemacht haben, die gehören echt erschossen, geschlagen und ins Klo gestopft. Gut zielen, Männer. So. Jetzt will ich erstmal, dass die hier sterben kommt. Bringt sie zu Fall. Komm schon, komm schon. Die Menschen hätten warme Gefühle für euch, Männer. So. Jetzt kommt der Fall. Schnell, schnell, schnell. Oh, die sterben alle, die sterben alle. Die sterben alle. Der Feind greift an. Na, los kommt. Ja, 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 ja. Ich tue mir sehr leid, dass es im Moment eine reine Heuleaktion hier von mir nur noch ist, weil ich einfach nicht mehr klarkomme auf die Unfähigkeit dieses Spiels. aber es ist leider so bogenschützen vorbereiten so jetzt die da hoch sind schon wieder welche auf die kunden werden genötigt ja das glaube ich neue befehle ja sei ja unsere sehnen sind gewachst jeder pfeil muss treffen eine kleine gruppe aus feindlichen soldaten ist auf dem weg zur burg jetzt und den dann auch und jetzt auf den linken sie zufall kommt schon macht ihn tot ja endlich so da sind zwei ganze verteidigungsbarrikaden von mir geschrottet wurden einfach nur weil einer da kommen schon wieder will ich auch was ist und ich will nicht mehr ich gehe mich noch zu spüren ich sag's euch befehle einfach so natürlich ist schon wieder bei dieser welle so es macht ihr bitte alle tot kommen schon nach sie tot macht sie tot macht sie tot macht macht sie tot macht macht sie doch tot sommer seite bescheuert ich finde es zu geil denn wirklich sie machen die leute typen tot den sie tot machen sollen dann stellen sie sich hin und freuen sich und lassen sich töten wir brauchen ja klar wir brauchen holz was ich tun soll und das einzig was sie sagen wir brauchen holz mal auf wir können nicht verbauen wir werden wahrscheinlich sterben weil wir kein holz mehr haben sehe ich genauso so hier jetzt lasst mich endlich in ruhe wir werden angegriffen so da 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 hier das ist das 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 so nicht genügend waren kommt und vor natürlich greifen jetzt in diesem moment wo ich das zu bauen kann die menschen warum nicht neue befehle reize wer zu einfach sonst halte zusammen männer das ist mir doch wir haben diese einheit auszubilden eure treuen bogenschützen neue befehle ich bogen schütteln und die da und den da auch noch und dann das sind natürlich wieder tausende ziehen aus ihr habt nicht genügend gold um diese einheit auszubilden das gefällt mir und da stehen zwei leute und wissen nicht was sie tun sollen ich bin 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 das gehört allerdings nicht das schlimme ist ja wirklich nicht dass man solche missionen eventuell soja seid ihr sicher wir sehen keinen weg wir werden das versuche ich dass man bei solchen müssen eventuell problematik bekommt weil man das schwer durchspielen kann und eine gewisse zeit lang zum beispiel habe ich jetzt das problem ich würde mich am liebsten aufhören aus dem einfachen grund war ja nur eine stunde aufnahme und dann schmiert es meistens aus unerfindlichen gründen ab bogen schützen vorbereiten aber diese mission dauert eindeutig länger als eine stunde das ist das problem an der sache was ich mir bei dem spiel gerade stelle komm baust du jetzt mal dieses hallo hallo na also oder wo auch zeit so die tun natürlich ist alles kaputt machen weil ich keine truppen mehr habe die sich darum kümmern wir werden angegriffen ihr habt nicht genügend gold um diese einheit auszudenken könnt ihr eventuell hier mal ein bisschen schneller machen was 88 nur noch eure befehle sehr ach du scheiße verstärkungen in der burg angekommen das ist mal was mir gefällt neue befehle die menschen hegen warme gefühle für euch mein herr das ist mal was das mir gefällt die sind tot na dann haut sie kaputt kommt schon haut sie kaputt alter schwede trotz verstärkung werden wir gleich so ablosen was bereit sir so die dahin landsknechte bereit ja ach nein wirklich der feind hat die burkwelle durchbrochen was ist denn dir die erkenntnis gekommen wir sind bereit gebt uns nur ein ziel auf mein zeichen ziel anvisieren jetzt feuer frei lasst sie fliegen jetzt auf den da bringt sie zu fall so kommt schon ziehen aus pfeiler anlegen macht das schon wieder alles was von der verstärkung übrig geblieben ist so und da noch und da noch helft dem lord er wird angegriffen so hier kommt waffen werden benötigt befehle warum rennt ihr denn hin greift doch mit euren bögen an ziel anvisieren landsknechte auf die welle was schon wieder pfeile schießen immer noch wir werden angegriffen okay jetzt reicht's mir aber langsam angsthaft eine kleine gruppe aus feindlichen soldaten ist auf dem weg zur burg da hockt natürlich immer noch einer der ist oh ich bereit und warten neue befehle landsknechte bereit so bogenschützen hoch mit euch mein lord wir sind bereit rauf auf die welle machen wir das ganze einfach mal so vielleicht bringt das mich ja weiter die kommen jetzt hier hoch dann kommt jetzt Achtung habe ich hier noch Druck die kommander hier dann nehme ich jetzt das hier und bau das ja landsknechte auf die welle die Stelle ist blockiert okay das kann da nicht platziert werden mein lord he hä 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 was so bogenschützen bogenschützen waffen werden benötigt sind wir noch gar nicht angegriffen noch nicht zumindest so hoch mit euch und dann mache ich eine neue mauer hin so ein bogenschütze und noch einer davon feind greift an bauern werden benötigt ja so auch auf die welle schaffen die es diesmal gegen die hans knechte die wohnschütze sind da und es ist ja echt theoretisch nur noch die dabei machen okay diesmal scheint es zu schaffen ich muss mich also hier verteidigung ich muss mich hier vor hier müssen das theoretisch herumlaufen wo sie mich erreichen wir werden angegriffen was an sich hier schon mal ganz praktisch ist kann ich so wenn wir so machen dass er noch mehr laufen müssen moment ich mache das jetzt mal moment ja anscheinend geht es nicht das kann